Buon giorno Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Leute, es gibt was Schönes zu verkünden und zwar 90 plus Prime Icon Pack, Toti Icon oder FG. Okay. Da sind coole Icons drin und das Beste ist, wir werden am Donnerstag, Leute schreibt euch das hinter die Ohren, werden wir Jamal Musiala treffen. Jungs und Mädels, ich freue mich riesig drauf, da wird es auch ein Video dazu geben und ansonsten verlose ich dann ein Trikot an euch mit einer Unterschrift von Jamal auf Instagram einfach abchecken und mit dabei heute ist der gute Stiffen, Stifflas Mann. Was geht ab? Jamal Musiala also? Ja, wir treffen Jamal, den alten Schnull, der muss sich ein bisschen pushen, dass Bayern performt bis zum Ende der Saison zu Dortmund Meister. Aber Leute, fühle ich das spannend, Stefan. Was sagst du für den Meister? Alles drin, aber ich glaube, die Bayern machen es am Ende irgendwie doch. Ansonsten glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht hat Nagelsmann nochmal Bock auf 102 mit den Bayern. Ich weiß nicht, was die machen. Also, Alter, das ist krass. Ich check's gar nicht wirklich. Bevor Nagelsmann an die Säbener Straße wieder auch einen Fuß da drin lässt, muss einiges passieren. Dafür geht die Welt wahrscheinlich unter. Leute, ich öffne jetzt das Pack. Stefan kauft den Spieler nach und wünscht mir viel Glück. Wir nehmen auch bei den Mannen eine Folge auf. Kommt am Donnerstag wahrscheinlich online, gell? Joppa, Freitag sowas. Freitag, Donnerstag, genau. Checkt's auf jeden Fall ab, Leute. Und ganz wichtig, Jungs, jeder, der von euch ein Jamal-Trikot hat mit einer Unterschrift, lasst einen Daumen nach oben da. Stefan, wie schaffen wir, bevor wir reingehen? Ähm, ich würde sagen, keiner. Alle disliken. Ich bin der Einzige, der liket, dann gewinne ich das Trikot. Okay, komm. Leute, jeder, der Daumen lässt, der gewinnt. Okay, wir gehen rein. Es öffnet sich. Sesam öffnet dich. Packluck. Packluck. Es ist, es ist normaler Icon. Es ist Italien. Stürmer. Ich habe einiges gesehen. Und diese Vieri habe ich schon mal gezogen. Das ist, das ist, das ist, blau, das ist 90 plus Packmann. Der Mann ist stark. Scheiße. Ich habe das noch einmal auf meinem Account, vielleicht fünf oder zweitmal. Na, Leute, wir haben ein geiles Team hier rumgebaut. Wir sehen uns gleich im SBB. Digga, 74K. Oh mein Gott. Ich habe sogar nur 72K bezahlt. Schnapper. Hey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr in diesen Pack gezogen. Das war's wirklich komplett. Stefan, Tafel ist drin. Idemo. Ich suche erstmal meinen linken Stürmer und da bin ich gegangen mit einem Mann, der hat gerne bunte Haare und hat einen frischen Team of the Week bekommen. Es ist Antoine Griezmann. Und passend dazu gehe ich mit einer neuen Karte. Trophy-Zeiten-Diego-Vollarm. Okay, darfst du behalten. Ich habe Diego Jota. Der hat jetzt irgendwie zweimal im Stück Doppel getroffen. Und Leo von Milan. Boah, der Mann rasiert auch alles. Ich habe mir letztens noch so eine Compilation reingezogen. Er ist nochmal am Grinsen. Immer. Ja, ja, ja. Ich weiß. Immer bevor er schießt. Das ist so geil, der Typ. Na gut, dann hast du die Tafel drin, oder? Yes, ich habe die Tafel drin. Also, Bro. Im Mittelsturm spielen wir einmal in Kunku und zum anderen Karim the Dream, Benzema, Team of the Year. Es wird teuer, Leute. Es wird knüppelig. Boah, ich bin gegangen. Ich habe wirklich... Kräuf. Temi Abraham? Nee. Ja. Und Stefan El-Sharawi. Ich dachte, ich schreibe einfach mal was auf. Hätte ja klappen können. Aber dann hättest du gedacht, es wäre ein Prank, wenn der gekommen wäre. Ja, ja, ja. Ich wusste. Bro, nächste zwei Positionen. Du kannst dir aussuchen, entweder links, rechts, Mittelfeld oder beide ZMs. Mittelfeld. Wir machen beide. Ich habe zwei Spiele aufgeschrieben und eine würde ich dir wegkauen. Ich habe ein gutes Gefühl. Digga. Ganz kurz. Ganz kurz, Leute. Ich muss euch was zeigen. Bro, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Und jetzt passt auf. Eine Karte ist zurückgekommen vom Graydon, Leute. Duel-Unterschrift von Messi und Neymar. Es wurde eine 9,5, Bro. 9,5 Duel-Unterschrift von Messi. Bro. Was ist so eine Karte jetzt wert? Die ist zu 5, Bro. Die gibt es nur 5 Mal. Die wird so 3, 4 Tausend. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber die muss ich in Schließwacht tun, Bro. Das ist immer das Marding bei den Karten. Man hat sie nicht zu Hause, aber... Ich schicke dir meine Adresse. Schicke zu mir. Ich passe drauf auf. Okay, komm. Ein 5er-Rating draus. Ja, er darf bis drin kommen. Lass knacken. Ich habe LMRM übrigens. Sehr gut, Bro. Also, links Mittelfeld gehe ich mit den einzig Waren. Bone Zone is bright. Kennst du das noch, die Stelle? Nee, ich weiß auch nicht, wen du nimmst. Von Spider-Man ist es. Egal. Ich habe Diaby. Und rechts Mittelfeld gehe ich mit Ricken. Lass später mal mit Stefan. Diaby Angelino. Hast du Diaby? Yes. Ich habe dir doch sogar so einen Tipp gegeben, so mäßig so... Außenverteidiger und so. Deswegen habe ich Angelino aufgeschrieben, aber den Diaby musste ich nennen. Schlinge. Ja. Ich dachte, ich habe Stefan ausgedrückt. Willst du Joker benutzen oder nicht? Ja, komm. Pack rein. Ich weiß nicht, wie viel ich noch treffen werde, deswegen. Ich gehe heute mal ein bisschen mit deiner Nationalmannschaft. Und zwar mit der von Frankreich. Ich gehe zum einen mit Thüram auf der linken Zentral-Mittelfeld-Spielerseite. Dann gehe ich im Zentral-Mittelfeld mit Guendouzi. Der Typ kostet einfach noch knapp 400k. Also ordentlich. Und auf der rechten Seite gehe ich mit meiner Ikona. Und das ist Zinedine Zidane. Ja, GG. Ich habe zwei Franzosen. Koke, das ist der Spanier. Le Ma und... Two Camavingas. Let's go. Ich orde. Mittelfeld steht. Und Mittelfeld ist böse. Also die Franzosen, ich glaube, die haben heute Bock. So, Stefan. Jetzt schnall dich mal an. Dann Außenverteidiger sind gebürtige Innenverteidiger. So ein Ding bei mir. Soll ich reinhalten oder soll ich... Nein, nein, nein. Stell die Spieler rein. Motorboot. Okay, linke Verteidiger. Ich habe wieder ein bisschen gebaut hier. Und zwar gehe ich mit Nunu Tavarej. Das war eine zuerst spielbare oder zuerst erkraftbare Karte. Deswegen glaube ich nicht, dass du die auf dem Schirm hast. Aber der Rechtsverteidiger könnte sein, weil der spielt auch bei Nizza. Adal. Nein, nein, nein. Ich habe Delikt und Pavard. Der Delikt hat eine Linksverteidiger-Karte und Pavard Rechtsverteidigung. Pavard habe ich überlegt, aber wegen dem Mia Samir habe ich den mal rausgelassen. Also Bro, zum einen habe ich heute zwei Italiener im Team. Das ist Team of the Icon Pierdo. Und daneben gehe ich mit einem Perfect Link zu Karim The Dream. Und das ist Chumeni. Und ich weiß, du hast Kamavingo und Chumeni aufgeschrieben. Mach kein Auge jetzt. Ey, ich habe, ich dachte, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich dachte mir wegen Vieri. Und du eben so, wie schreibt man, wie schreibt man den? Deswegen dachte ich, vielleicht hast du Viera. Deswegen habe ich den mal auf die Tafel geschrieben. Und dann habe ich mich entschieden zwischen Chumeni und Kamavinga und habe Chuchuchuchuchu gemacht. Nein. Wieso? Ich dachte, der ist halt so, ich dachte, weißt du, ich habe auch gut Coins gerade, Mann. Los mit dem Lacker. Ja, schieb mal was rüber. Ah, Jungs belassen. Ich habe zwei Browser, aber wir werden Stiffen trotzdem ärgern und hoffentlich rasieren. Finale. Let's go. So, Tafel ist drin. Ich habe ein bisschen hier überlegt, du warst durchgestrichen. Ich, du hast, ich war überfordert. Drei Innenverteidiger, ein Torwart. Freunde, Stefan hat gerade Doktorarbeit geschrieben, in Spielerraten. Aber wir geben ihm die Zeit, weil du wirst eh nichts haben. Bonucci, Danilo, Brema, alle drei von Juventus sind vorgestern, wo ihr das Video seht, rutschen gegangen gegen Napoli. Aber die spielen jetzt, oh, stimmt, Bro, die spielen gegen Inter Mailand, Halbfinale, Pokal. Das wird sehr, sehr geil. Und im Tor, also Juventus kann noch einen Titel holen, haben wir den einzig wahren Lafonte. Und damit haben wir zwei und drei, wir haben fast full cam, nur einen Chemiepunkt fehlt. Ja, ich war schon ein bisschen in der richtigen Liga. Ich habe Dumfries aufgeschrieben, Titti, einfach Dudek und Rüdiger. Okay, sehr, sehr gut. Und damit kann ich leben. Hey, stimmt, Dudek? Ja, okay. Ich habe ja schon den Hero, aber ist egal. Okay, cool. Tobacco. Ja. Ich gehe zuallererst mit deinem Innenverteidiger. Das ist mein Salibach. Und das ist der letzte Franzose, den ich brauche, um noch ein bisschen Chemie zu bekommen. Dann habe ich in der rechten Innenverteidigung Ben White. Der hat noch eine andere Karte, aber ich glaube für 350.000 Münzen. Ich glaube, City wird Arsenal leider überrollen. Die kommen jetzt so ein bisschen ins Schwächeln. Echt schade, weil ich hätte es den voll gegönnt. Und dann habe ich noch im Tor Ram Stahle. Ich habe Ruben Diaz, Fofana und Jose Sa. Also alle aus der Premier League, Bro. Ich hatte dich eigentlich auch an den Eiern. An den Eiern und ich habe 31 Chemie. Ja, und ich habe keine 31 Chemie, weil Stefan hat zwei Spieler getroffen, schnapps besoffen. Leute, ich packe die Spieler rein. Wir sehen uns gleich im Gameplan, da seht ihr die Teams. Stefan, schnall dich an. Okay, die Teams kommen. Was ist denn das? Mein Gott, im Himmel. Oh, Mr. Tanada. Den habe ich schon das eine oder andere mal Türchen machen sehen. Ich werde dann Saliba und dann Sidan abstoßen müssen sehen. Geht ein bisschen. Ich hoffe, ein bisschen Sonne getankt habe ich. Oha. Oh, gut, gut, gut. By the way, Leute. Siegesserie von sechs SBBs. Wir dürfen nicht verlieren. Wir dürfen nicht brechen, aber Stefan ist da dann elendiger. Rücken. Lass mal, oh, ich muss Einstellung ändern. Ja, vamos. Einstellung ändert es Stefan. Ich habe Kreis R1 bei mir, glaube ich, vertauscht mit Dings, Dings, Donsi, Donsi. Hätte ich auch gesagt. Ja, wenn ich ein Tor kassiert hätte, so eins. Ja, ja. Katatuchi, Katanacho, Verteidigung. Oha, der hat sogar fünf Sterne Skills. Hey. Guenduzi? Hihi, scheiße, mach ihn. Hallo. Was ist das? Guenduzi, Bro. Ich dachte, ich habe den mit fünf Sterne Weakfoot geholt, aber irgendwie. Oha. Äh. Ja, Mann. Das ist eigentlich Schiedsrichterin. Frau Schiedsrichterin, das war aus Versehen, wirklich. Das ist keine Rote, oder? Keine Rote. Boah, es ist richtig krass am Dingsen. Nein. Opa. Stefan, schießt in die Mitte. Scheiße. Schwierige Augen, mein Gott. Oh, oh. Christian Fieri. Christian Fieri. Oh, oh, oh. Ein Steckball. Wie war das mit der Siegesserie? Ja, ja. Du wirst doch sehen, dass wir noch spielen jetzt. Kommt, ich sag, okay. Kommt heute. Hey, aber ich habe Karine Dream und den sieht man gar nicht. Eure Litterie kratzt mir am Zipi. E-ha-b-de, e-ha-b-de. Das ist ja krassig, so genau. Es ist ja wirklich nichts auszuhalten, was hier passiert. Mensch, das ist wild. Mir passiert scheiße. Das... Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht, gell? Schau mal, ich schwöre, da passiert scheiße. Das ist diese Vodafone. 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 Guck mal, die sind kaputt. Was geht das? Digga, jetzt habe ich alles gesehen. Bro, das... Das war... Das war... Das war wirklich gar nichts. Nee, kann ich nicht. Okay, irre, Mann. Ich wünsche wirklich, einer in der Wiccan League wird das auch machen, aber... Digga, das war wirklich... Aber Bro, ganz kurz, mir kann... Lass das nochmal wiederholen. Das war... Digga, das ist wieder bodenlos. Yay, wirklich. Und dann wollen wir das... Ach, Digga. Bro, verplay ich mache jetzt einfach ein Tor. So assi, ey. Scheiße, ey. Ey, der Taujubel war nicht mit Absicht. Ich schwöre, der rennt sogar. Mach doch noch hier diesen Gritty. Nein, nein. Den habe ich nicht gemacht. Scheiße. Ey, Bro, das war ja bodenlos gerade. Kannst du mal da oben laufen? Nein, da oben. Kannst du mal laufen? Ja. Den haue ich dir jetzt rein. Nein. Er macht den! Antoine! Scheiße. Eigentlich war das nicht so eine gute Position, gell? Zum Ding, ja. Oh! Digga, Stefan! Scheiße, man. Bro, ich hatte so eine schöne 6er Winstreak auf meinem Kanal bei SBBs. Du hast sie kaputt gemacht. Du hast nur einen Pick. Ich habe umgestellt. Ich habe einen Karim. Ich habe einen Mkunku. Ich habe einen Bonucci, der würde richtig wehtun auch. Und ich habe einen Pirlo. Das sind vier Pick-Broken. Du darfst. Big-Broken-Leg. Also, für den Leg, ich gebe dir ein paar Defensiv. Ich glaube, ich gehe zu der Verteidigung. Verteidigung ist nicht so gut, sage ich dir ja nicht. Vielleicht entscheidest du dich gut rum oder bleibst da oder ich weiß es nicht. Ich gehe mit dem zentralen Innenverteidiger. Bro, damit küsse ich dein Herz. In der Verteidigung war Bonucci. Den habe ich, glaube ich, nur nach rechts gestellt oder so. Ich weiß ja auch nicht, was ich gemacht habe. Bro, im Sturm ist Nkunku. Und Mittelstürmerlinke ist Benzema, links Mittelfeld Pirlo. Und du hast getroffen Ricken. Lass mal eine Runde. Okay, Leute. Ihr seht, Team ist drin. Ricken, habt ihr Ehre. Leute, schaut bei Stefan vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Warte, ich muss abschicken, bevor ich es vergesse. Haut rein, euer Tabak. Und ciao.